Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 in USA mit dem Virus. Jawohl, in den Vereinigten Staaten. Oh, die Strecke ist beschimpft nicht klein, oder? Bro, es geht. So ein Mittelding, würde ich sagen. Ach so, verstehe. Die sind also nicht so... Guck dir mal die Kurve an, ey. Oha. Ja, die Kurve sind komisch zu fahren, muss ich zugeben. Aber wir werden es ja jetzt sehen. Guck dir mal diesen hohen Tower da an, ey. Das Rote sieht aus wie eine Rutsche, ey. Ja, voll der Aussichtsturm. Die haben da hinten nur vergessen, das Planschbecken hinzumachen, wenn die da abgehen und mal ist Feierabend. Aua. Ja, wir haben mal gespannt, was gleich uns die Wetterfehl sagt. Ja, ich hoffe, Sonne, Sonne, Sonne. Nee, die Wetterfehl Daniele. Okay. Geht's auch mal los hier. Warten auf Spieler. Wollen wir mal gucken. Ja, kriegen sieht schon mal gut aus. Training haben wir Sonne. Qualifying ist bewölkt. Und Rennen ist Sonne und zum Schluss fehlen da ein bisschen Regen. Ja, aber so lange fahren wir sowieso nicht. Also erst ab Minute 45, sonst regne ich dann. Okay, es geht links raus. Oh, direkt der Berg hoch. What the? Erstmal wieder anpassen hier. So, hier ist die Ampel und jetzt? So, auf Dreieck. Also Y. Okay, jetzt muss ich schon bremsen. What? Okay. So, nehmt noch das mit. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, die Strecke bin ich noch gar nicht gefahren. Ist jetzt tricky gerade. So, du gehst runter und kannst gleich... Kannst gleich wieder sofort auf Gas latschen. Naja, muss man aufpassen. Wie, also ich muss ja sagen, die Strecke ist sehr, sehr interessant. Alleine dieses hoch und runter, dann ist, glaube ich, keine Strecke so schlimm wie diese jetzt hier. Bis auf die letzte, die wir gefahren sind, die hat das ja so eh nicht da. Ah, wie viel Platz man hier hat, herrlich. Oh, damit kannst du auch ganz schnell herrlich irgendwo abziehen, ey. Jo. Ist die karaputsche Katze. Oh, ja, komm schon. Alter, Alter. Na gut, das ist erst mal Einführungsrunde ist hier. Oh, weia. Mach doch. Ich drück schon extra auf, äh, äh, Ypsilon, aber da kommt da nix. Hm. Ui, Bremsen. Hier ist ja die scharfe. Links. Bis die Kurve drin ist, äh, bis du die Strecke drin hast, hei, 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 mit dem hoch und runter. Na, man muss hier ziemlich aufpassen, dass man sich nicht dreht und so. Na, 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 na. Wollen wir mal gucken. Ja, da. Ja. Ja. Ah, diese schnellen S-Kurven hier, die sind gar nicht mal so einfach. Und schon hat er sich gedreht hier. Ja, geht hier schnell. Och, ist das dein Ernst? Oh, mein Gott, nochmal. Oh, mein Gott, nochmal, der Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Spoilerrot, yeah. Geht das wieder los, ey. Lief das eigentlich, dachte ich, lief gut, aber nö. Karre sagt, nö, heute du nicht mit mir, nein, gar nicht. Ja, fahren wir da auch nochmal dagegen. Gut, dass der Reifen noch dran geliehen ist. Die Bremsen halten auch nicht, dass wir so versprechen. Oh, da hat es mich auch einmal gedreht. Ich bin gleich wieder dabei, mir klingelt es gerade. Ist doch eine Scheiße, ey. Das ist natürlich schlecht. Oh. Ja, ich bin eh in der Boxengasse, kann eh nicht viel falsch machen. Die Runde können wir uns von der Backe putzen hier. Boxenstopp. Hier bei der Box kann man wenigstens nicht meckern mit Ein- und Ausfahrt. Da oben fährt die Kamera auf die Schiene. Ja, schiebt mal ein bisschen schneller, Jungs. Jetzt haben wir hier einen Endspurt für die erste Saison, Gott sei Dank. So, jetzt habe ich mich ganz schnell beeilt. Ich habe meine Klingel jetzt ausgestellt. Ist ja schlimm. Oh, der Hütenbeck mit 1,46, ey. Oh. Und der Eriksen mit 1,47. Na, guck. Gar nicht mal schlecht. Okay, die Strecke ist noch halbwegs frei. Also, auf die Strecke, er losgeht, soweit du bereit bist. Pfeifen wechseln, so. Und dann wieder raus. Passiert, würde ich sagen. Ich habe auch jetzt den Wehrlein vor mir. Naja, ist ja eh erst mal... Eiführungsrunde. Oh, Alter. Aber Wehrlein, deswegen muss man trotzdem nicht auf der Straße parken. Ach, Wehrlein, du bist eine Blöder. Ich hoffe, die haben jetzt nichts kaputt gemacht da hinten. Oh, was eine ausgedeckte Kurve, ey. Das verleitet zum Abkürzen diese komischen... Weil die so weit gezogen ist, ey. Naja. Aber da kriegst du sofort dann auf den Sack. Oh, nein, jetzt kommen wir auch noch welche raus, ey. Es kann ja... Gut, dass ich noch ein bisschen Platz vor mir habe. Ich habe den Bottas jetzt vor mir. Ja gut, der ist ja eigentlich immer ziemlich flott. Der Bottas Knoppers. Ja, oh, Hamilton haut auch erst mal was raus. Naja, hat er ja in der letzten Runde schon. Ich dachte, hinter mir wäre einer, aber da war das dann doch nicht so. Eine 1,8. Wow. Für die erste Zwischenzeit ist das echt gut. Oh, das ist ja schon der zweite Sektor. Könnte der zweite sein. Ui, ui, ui. Ah! Du bist doch eine Scheißkarre, Mann. Yeah, das war das Reittheater. Was? Jetzt will er nicht mal... Okay, jetzt kann ich nicht mehr fahren. Ich stehe auf einem Gras. Okay. Ich kann nichts mehr machen, ey. Ich konnte gerade nicht mal nach links lenken, nur noch rechts. Gas geben ist auch nicht mehr. Dann hast du ja irgendwas kaputt gemacht. Äh... Okay, dann... Ah ja, vielleicht bin ich mit dem Arsch hinten an die Bande geknallt, aber ich hab's gar nicht mitgekriegt, lol. Ja, ich hab's nicht gesehen, tut mir leid, keine Ahnung, ich weiß es nicht. In den Boxen, stopp. Ähm, ja. Okay. Guck mal, Louis Hamilton zu, oder was? Kannst du machen, ich fahre jetzt eben die Runde noch zu Ende und in der Box, damit war da... Na, du bist ja hinter der Hamilton, ich hab dich ja da hinten fahren sehen, so nach dem Motto. Na, Hamilton fährt in der Box. Okay. Hallo, Stroll. Okay, ich hab vorhin nicht meine Klingel gehört, sondern so ein Ding-Dong-Ding-Dong-Ding-Dong hier, wenn du in der Boxingasse fährst, so ein Klingel. Und ich dachte, da wäre die Klingel. Ja, wir haben ja neue, äh, Klingeln gekriegt und so weiter hier. Und, äh, ja, da klingt die so ähnlich wie dieses Geräusch, das ist echt, äh, schwiegig. Was nicht, ja, es gibt. So, immer mit Freisprechfunktion von der Haustür aus. Wow, das brauchen wir. Ist eigentlich schon Standard, dass man sowas hat. Ja, ich hab gesagt, wo ist denn die Kamera, man kann hier gar keinen sehen. Ich sag, da ist ne, ich sag, wow. Ja, brauchen wir noch nicht. Na ja. Ich sag, man weiß ja trotzdem nicht jemanden, wenn man Tür aufmacht, der kann ja auch den Namen nur, äh, so fortdeutschend sagen, ich bin der und der, ne? Ja, wer soll denn groß bei dir klingeln, der das so machen, ne? Oh, der hat aber den Arsch runter, hey. So, der Kamelo drinne. Klar, ein bisschen zu früh den Dings angemacht, aber egal. Für die Zeit reicht's. Wie souverän der Valtteri hierher fährt. So, gib mir die Tafel. Gut. Hey, wieso, Controller ist doch nix, Controller, Verbindung unterbrochen, leck mir im Arsch. So, geht doch. So, guck mal eben schnell rein hier. Wir haben einen lieben Freund, ich würde sagen, das war's von uns. Und wir würden, wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Macht's gut, haupt's da rein. Alles klar, ciao mit V. Ciao. 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 Vielen Dank.